so herzlichen willkommen zu einer neuen für forest folge zur hülle geht weiter genau wir haben gerade das problem dass beide ein bisschen durst haben der wasserschlauch der ist ganz nützlich aber wieso kann ich hier nicht aufnehmen ich bin hier mitten im wasser aber vielleicht geht das wasser nicht hallo das müsste hier sehr reines wasser abgesehen von den ganzen beinen und armen davon aber ich habe auch toll ich habe richtig viele snacks gefunden ach so snacks stellt energie daher aber wir könnten auch alkohol trinken ja aber ich glaube das hat auch ein paar negative ja ich glaube auch kann es sein dass vielleicht dieses gegrillte fleischig wie richtig gut ich trinke aber erst dann später schlug wenn es wirklich so weit ist deswegen gehe ich jetzt bei mir war es extrem weit unten also ja aber mir geht es noch aber das würde jetzt klinkt die ganze zeit rot das ist mein problem ja genau darum habe ich jetzt so was getrunken ich komme in frieden gott gibt es hier wieder mehr abzweigungen das ist doof der hätte draußen können weißt du was wieder richtig viel medizin sein was ist da drin stoff schon mit outfit habe ich jetzt an wieso findet man so viel medizin ich weiß es nicht okay also hier geht es runter und da hinten geht es aber auch weiter da gibt es eher noch der dunkle haarige mann also die die haben buch über dich geschrieben was geht dann wo geht es hier lang nach oben die hauen wieder ab bombe bombe wir brauchen eine bombe oder ja ja komm her komm rein hier kommt doch ja kommt nicht immer derweil fleischchen drauf legen wieso geht mein hunger auch gerade so extrem nach unten vielleicht kann ich den headshot geben von hier aus das können wir mal probieren jawohl geil einer hat noch einen headshot jawohl jawohl perfekt ist da noch einer lauf er selber nicht ins feuer ne das wäre echt ungeil ja ich soll ich erstmal kurz ich war auch so ein hunger oder bomb ich so hardcore hunger durch das bringt alles rot und ich weiß nicht warum ja da liegt so viel medizin rum ich glaube da kann man sich sogar mal klopfen ja ich hab keinen punkt zu sterben ist ja so hat er auch tot wollen wir die eigentlich dafür nein nein ich hab grad essen drauf geschmissen bitte nicht du kannst ja trotzdem essen ja nicht dass ich auch so sehen irgendwas anders ist das muss nicht sein naja man kann die ja nochmal zerteilen da war ja was ich wollte nicht sagen ich wollten ich wollte nicht sagen ich wollte das ist ja nicht so schnell ja jetzt kann ich klein vielleicht mal weg hauen und dann gegen mutanten hallo wow 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 ganz fein das reicht ja wieder hallo warte ich geh mal kurz zurück oh das fliege kommt das fliege kommt das fliege kommt la 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 ich mach mal wieder das feuer an das ist sicherheitsgründen aber wir hätten den jetzt wieder aber da wird man wieder ding rauskriegen ne soll man den mit der bombe killen ja ja den killen hast du auch ne bombe theoretisch hab ich auch ne bombe aber schmeißt du deine zuerst ich schmeiß die flare und du die bombe damit du was siegst weißt du da liegt der alter man kann es nicht grad weiter werfen das ding okay moment moment ich schmeiß da mal eine achso passt schon aber ich schieße mit dem vorn punkt drauf das interessante wäre ob man den jetzt auch häuten kann mal war das nicht sogar so einen den wir gekillt haben weißt aber wie viel älter denn aus aber der greift uns nicht mehr an oder ah jetzt ja jawohl jawohl schön ist dass halt wir beide das machen oh ich kann keine pfälle machen so mutantenrüstung boom yeah alter wie das ausschauen muss wenn man alles mit mutantenrüstung voll hat das muss doch richtig oh alter sieht ja richtig nice aus grad bei mir ja okay vielleicht vielleicht doch nicht sogar komm mal kürzen das licht okay das ist eine komische rüstung riefst du so der arme tentakel irgendwie nein okay aber das haben wir schon mal gut gemacht finde ich ja 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 okay das feier ich ja feier ich immer noch richtig hart dass man das mit ah so schön hier ist ne bank warum ist hier ne bank hier ist hier ist licht die sind viele viele ich brauche hilfe wo bist du ich bin hier oben ich bin nach links gegangen kommst du mal zu dir ja genau die kann man ganz gut kämpfen weil wir gucken ob die wieder was raushauen ja schoss ich ja die haben wieder kürzt raus irgendwie bei mir hauen sie gar nichts raus ne also ich wollte sie gesagt haben die ganze zeit ja aber das geld das kann man eh nur für feuer ja ja warum greif ich jetzt nicht an oder das nervt mich grad ein bisschen mit einem angreifst dann springst du dich an das sehe ich schon das jetzt muss ich was trinken unbedingt der eine lebt noch was ich wohl mit ihm kommen jetzt hier ist auch noch mal medizin du sagt gerade auf dem boden auch nicht oder überall medizin ehrlich und ist irgendwie mitten ist wir ganz gefall da ist ja richtig geil wenn man das mitnehmen könnte das ist wirklich voll fett das ist ein sing ich hier kann man speichern das ist aber wie so ein sohn was war das gerade für ein geräusch alter natürlich noch ein beton hier das was ich meine ja ich höre es deswegen ganz komisches geräusch wir sind so taucherroboter oder vielleicht findet man hier jetzt neue pfeile und neue flares ich kann nicht um eine leitplatine ich kann jetzt richtig viele bomben bauen kann man das kaputt machen oh mein gott hier habe ich jetzt ich kann richtig bomben bauen gerade geil leider ja und ich glaube wir bräuchten hier wieder unsere tauch ausrüstung oder glaubst du man kommt da so durch ja ich lasse nicht riskieren das ist so schlecht vorne ich sehe gar nichts ist natürlich gar nichts dass das hause schon richtig gemacht was er dass du da keine chance hast aber ich wollte mal aber wieso kann man dieses ding nicht mitnehmen und damit könnte man unter wasser gucken die geld brauche ich platine geld alkohol nur freunde und dann panzer tape ich habe zwei bomben aber es fehlen mir uhren ja stimmt uhren habe jetzt auch keiner mehr schade so auch gut dann müssen wir die höhle jetzt eigentlich auch als blau muck das gibt es ja nicht aber hier gab es doch noch einen anderen zweig oder oder ich glaube ich muss eine energiemischung nehmen oder so ich habe keine energie mehr und damit geht es hier war ja das lagerfeuer genau hast du noch das fleisch zum putzeln und bist du willst ich habe doch ich habe noch snacks ich habe richtig viele snacks ja ich ich könnte zwar ein bisschen alkohol trinken aber ich habe das dann alles gar keine probleme eigentlich hier geht es auch noch mal lang hast du es gesehen da kommen wir her dass das lagerfeuer ach so und das sind wir nach rechts und ja können wir da jetzt runter gehen ok kann man wie dort oder ich habe dachte ich rutsch gegen das blöd runde oh man muss hier weg sprengen ok dann werfe ich hier mal dynamite ok ich gehe mal über entdeckung hier diesmal anzünden sehr schön ok moment wie geht es hier weiter schon wieder ok mfe auch noch aber jetzt habe ich es ruckelt ja also die steine hier rum liegen das ist schon mal so kann man einfach nur durchgehen hier ist gar nichts oder was grad dunkel arsch dunkel ach hier ist es wieder raus oder was ich weiß nicht ob es raus geht vielleicht ein weiterer höhlen abschnitt ja weitere höhlen abschneiden ich höre schon wieder mutanten das sind kerzen ich bin gerade leicht nervös ich auch weil hier kann man nicht gut flüchten ach jetzt sind wir hier wieder mit diesen fetten typen ich erinnere mich wo es hier so groß ist da müsste glaube ich auch irgendwo nochmal ein seil hoch da sind aber klein ja das sind ein fetter ein kleiner wir könnten versuchen den mit der bombe zu killen ja ja das kleinvieh vielleicht mit den hedgehog weghauen hier war doch irgendwo ein seil oder der okay Nein! Das geht... Oh oh. Oh shit. Ciao. Aber hier kommt's nicht durch, aber hier kommt's nicht durch, oder? Nee, oh Gott sei Dank. Ja, dann feuerfrei. Pfeile. Ich könnte auch einen Molotow... Oh, ich seh grad gar nichts. Warte, ich wär vielleicht ein Molotow. Und ne, ne... oder ne... ne... Flair einfach bloß. Das kann man wirklich mit Pfeilen machen. Wenn das schon so schön haben... Scheiße, ich hab mich angesinnert. Alter, Läger, wie viel hält denn der aus? Oh, sehr schön, Alter. Kommen wir den hotten? Bitte... Ja! Jawohl. Geil. Toll. Hihi. Äh, lol, lass mich ja durch, du scheiß fettes Viech. Waaah! Wie schaust du das aus? Ah, jetzt hast du beide Arme voll, okay. Alter, das sieht aus, das ist... Äh... Headshot. Hä, wo läuft denn der hin? Ja, klar, läuft einfach mal weg. Hä, wo läuft denn der hin? Äh, hä? Hä, lol. Ich hab ihn nicht genommen. Ach so. Aber... Hier liegt, glaub ich, was? Hier liegt was, ja. Ja. Don't be afraid, just believe. Ah, so aufmundernde Worte. Hä, ah, hier ist Farbe. So haben wir Farbe denn? Oh. Die... Die... Beten uns doch dann an. Ob das für Mutanten auch gilt? Äh... Ich würd's nicht drauf halten. Aber hier... Ging's hier nicht mal auch runter? Oder wo war das? Gibt's... Ah, hier ist wieder Silo-Source vielleicht? Nein, doch nicht. Kommen wir eigentlich in ein Boot? Ah, hier sind wieder Kisten. Mit ganz viel Flares und sowas. Ne, Dynamit! Alter, hier ist richtig viel Dynamit und ich kann's nicht mitnehmen, ich. Hier ist wieder zum Aufsammeln nochmal was. Seil. Ne Kassette und noch irgendwas. Ich kann gar nicht alles aufnehmen. Wo ist die Kassette? Ja, ich hab auch... Da war noch ne Kassette. Boot oder was? Äh... Kassette 5? Ich weiß nicht welchen. Was kann ich denn? Stronghold Dude? Ich weiß es grad nicht. Speertasche, Steinbeutel, Hasenfeldstiefel, Köcher... Ach, Köcher! Das... Hab ich schon Köcher? Ich muss mal sehen, wo das sind Köcher. Hm. Stockbeutel. Naja. Toll, jetzt kann ich das ganze Seil nicht mitnehmen und Dynamit haben. Ja, ich auch nicht. Das ist ärgerlich. Wo war die Kassette? Die lag direkt neben dem... Anderen Ding, was man da aufheben kann. Und hier ist übrigens das andere Seil. Warum sind hier überall Rettungsringe? Gute Folge. Naja, hier ist das dann, ja. Gibt's hier nochmal irgendwo weit? Kommt mir wohl nicht. Hier kommen wir her, ne? Hier kommen wir her. Ja genau, dann war's das hier. Ja, direkt in der Seil. Ja. Hm. Ich hab keine Energie mehr. Ich weiß nicht warum, ne? Ist lustig. Oh, mein Durchstieg hat relativ... Ich muss jetzt echt so ne Energiemischung nehmen. So. Alter, wie... Holy shit, wie schnell die Energie runtergehen. Wenn du schnell hochkletterst. Ja, die ist gleich weg. Krass. Alter, jetzt wird's zu laut mit dem Wasser. Ah. Ich hör's. Aber ich muss sagen, die Höhlen in der Forst, die machen richtig Laune. Das ist richtig cool. Ah, da hängt so ein Typ. Ja, da hab's gesehen. Der hat es geschafft. Ach, es gab ja auch so Kletter... Dinger irgendwie, ne? Stimmt. Da könnte man doch auch so komische Fels finden. Ich seh hier gar nicht, ey. Ah, hier ist wieder... Spreicheplatz. Oh, das ist... Oh, haben wir hier paar Flares. Oh, hier könnten Dosen sein. Komischen Dosen. Hey, da ist wieder was zum angucken. Ich mag das... Hallo, ich mag das aufheben. Ah, jetzt. Mag's auch, ne? Ah, das ist wieder dieser Altar. Okay. Ich mag die Platine haben. Mal irgendwie drin müssen. Ne. Ich speichere auch schnell. Gut, ich hab eh kein Fleisch mehr. Dann müssen wir's hier nicht an... Aber weil ich einfach nicht gerne hab. Was deprimierend ist, die sind überall so... Also kaputte Dosen. Trinkdosen. Also mal Trinkdosen hätte ich schon noch gern mehr. Irgendwie. So ein Helm mit einer Taschenlampe um drauf. Das wär doch was. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Wär nicht schlecht, ja. Ah, ja. Hier müssten wir auch wieder tauchen. Ah, hier geht's. Aber hier ist ein Seil noch. Nach oben. Ah, okay. Ja, das ist nur... Hier geht's noch unten. Ne, halt. Hier sind wir grad hochgekommen. Sorry. Okay. Hey, was ist denn da unten? Da blinkt irgendwas. Oder? Oh Gott. Bin ich wieder hoch? Ich sterbe. Ne, ich darf nicht. Hast du was aufgenommen? Ich hab nichts gefunden. Ne, ich hab auch nichts gefunden. Aber ich war mir fast sicher, dass da unten... Oder ist denn die komischen Steine da? Lol, das ne Leiche. Ich friere. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber wir... Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir so oft Tauchausrüstung gebraucht haben. Hm, ich glaub schon. Relativ häufig. So krass. Gut, also dann sind bei beiden Wegen eigentlich ne Tauchausrüstung. Aber hier geht's noch ein Seil nach oben, also... Ja, genau. Aber wenn wir da jetzt rausgehen, müssen wir uns irgendwie notieren, dass da sowas... Ja, aber vielleicht sind die auch so verbunden, weißt du, wie ich mein? Dass du vielleicht woanders rein und hier rauskommst, so ne Art. Ne, also ich glätte mal nach oben, ne? Ja, ich friere immer noch. Ich muss mich noch mal aufwärmen. Ja, wenn du doch dich bewegt. Ich war auch im Wasser, wie so friere ich eigentlich. Hast du eigentlich die Leiche im Wasser gesehen? Hab ich, ja. Hast du schon. Hast du schon. Und wo ging's eigentlich runter? Da, wo wir hergekommen sind, das war die falsche Lampe. Achso. Ich glaub ich hab grad voll den Fehler gemacht. Wieso? Weil ich hab die falsche Seite vom Seil hochklettert, oder? Ich glaub ich auch. Schau mal. Alter, es geht ganz weit nach oben. Alter, das ist weit oben. Ich glaub, da kommen wir gleich zum Ausgang. Wenn man zu weit nach oben geht. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, obwohl. Ne, sieht gar nicht was aus. Ne, man geht richtig hoch. Glaub ich. Ah, 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 ah. Und gleich nochmal ins Seil. Jei. Lebt hier irgendwas? Nein. Ist doch arsch dunkel. Ahlalalala. Ja. Das Wasser ist extrem laut. Das stört ein bisschen. Gut. Und das 2 ist halt hoch. So, jetzt sieht's aber so aus, als würde man eventuell... Ja, doch, doch. Es wird hell. Es wird hell. Ja, man ist draußen. Und... LOL. Alles klar. Stockfilm ist so nisch. Ne. Aha, dann sind wir hier. Wir haben die Höhle hier sogar schon mal... Orange. Na gut, dann mache ich hier die gleich mal blau. Haben wir die Orange markiert? Ja, die allerersten... Das sind auch die ganzen... Das ist eigentlich nicht weit, ne? Also das ist ja eigentlich, ne? Ja, eigentlich nicht. Ne, ich speichere hier mal. So. Ja. Ich höre ein... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist richtig. Hier sind viele Zelte, alter. Holy shit. Ich geh mal da... In diese Siedlung rein. Vielleicht findet man... Stoff... Oder so. Klingt da was? Nein. Ich höre aber Mutanten, ne? Der muss hier in der Nähe sein. Oh ja. Da hängen zwei Seile, kann ich nicht mitnehmen. Oh, da ist Stoff. Der war nur ein Stoff. Lol. Ich höre der Stampf nicht mehr. Doch, ich schon. Ziemlich laut sogar, eigentlich. Ja, da wo du stehst. Aber wenn du zu mir her nirgends gehst. Da hinten ist auch nochmal was Liedernes. War da auch ne Höhle? Anscheinend. Ja, gut. Aber ich würde sagen, vielleicht jetzt mal zurück. Ja, mal zurück gehen. Ich würde gerne mal wieder ins Dorf. Und das andere auch markieren vielleicht. Hi, hab ich schon. Blau. Ich hab schon Blau gemacht. Ja, ja. Das schon. Aber das andere, wo wir reingegangen sind. Ach so, ja. Aber wir könnten mal zu unserer Höhle und dann... Also zu Hause und dann... Ey, ich komm hier hoch. Oh, Stoff. Ganz viel Stoff. Oh, ein Hase. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh, Mann. Warte. Okay, was? Haben. Perfekt. Alle werden morgens richtig gut. Alter, die Arme. Ein Schuss. Ein Treffer. Hey, da ist ne Schuh. Nehm's. Stoff. Genau, dann... Ich mein, wir könnten mal die Medizine, äh, Medizindinger wegtun und so. Ja, das kann man echt machen. Ach, hier ist das Flugzeug. Also vor der nächsten Höhlen-Tour? Hier ist das Flugzeug. Was hier? Aber die andere sind... Hä, hier? Ich versteh das grad nicht. Achso, wir sind hier noch. Oh, lol. Hier ist ja unser See. Ja. Da hat er grad'n Hase. Was? Wo? Ich weiß nicht. Kann sein. Na ja. Na ja. Gut, dann war das eigentlich auch schon ein Erfolgreich jetzt. Oh yeah. Die Frage ist jetzt, ob man jetzt wirklich die Höhlen richtig abklappert oder ob man jetzt mal wieder ein Bauprojekt macht. Ich... Mh... Ich... Hätt mal wieder bisschen Bock drauf. Lol, das sind zwei Hasen, Leute. Was ging jetzt ab? Was? 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 Ich hab noch einen Hasen erwischt. Wohle, so ein Hasen, sorry. Na, hier kann ich wieder Bären sagen. Oh ja, ich wollt grad sagen, Bären? Alter. Na ja. Nein, ich möchte nicht trinken. Nein. Nichts trinken. Genau. Biss'l Brombeeren zusammen. Das lustige Step. Der Busch ist grad' im Stein. Voll der Fail. Wohle schon zwei Hasenfälle mal aus. Mit drei... Mit drei Hasenfällen könnte man einen Köcher bauen. Mehr Pfeile mit. Die Frage ist, braucht man das um? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, dann würde ich die drei... Ich hab' schon so viele Pfeile. Ja, ist auch und irgendwie... Dann vielleicht über ein Bett oder sowas bauen, oder? Das brauchen wir dann, glaub' ich auch. Ah, ich würd gern mal das ganze Hasenfleisch aufhängen. Bevor es verdirbt. Ja. Ich lauf' jetzt mal zurück, und es wird eh dunkel, dann passt es ja eh. Ja, ich komm mit. Ah, mein Haster. Geil, dass wir jetzt zwei Rüstung haben von Bekanten, Alter. Geil. Ja. Aloe Vera. Hier ist Aloe Vera. Nice. Dreimal Aloe Vera. Oh, ich hab... Hier nochmal. Hier nochmal. Ich hab' auch zweimal Aloe Vera. Ja. Ach, nice. Dreimal. Sonnenhut näher, halt zwar Sonnenhut. Viermal. Oh, ho, ho, ho. Sonnenhut, Sonnenhut. Oh, oh. Aber jetzt schnell zurück. Und dann speichern. Ja. Und schlafen unbedingt. Ja. Was geht denn hier? Oh ja. Ich hab' so viel Aloe Vera, Alter. Na gut. Na gut. Na gut, ich hab' so Arschfühlen. So, ist noch kurz das Fleisch hin. Aber in unserem Schlafen kann man nicht verrecken, oder? Nee. Ich glaub' man wacht halt auf mit extrem viel Hunger und Durst. So. Das war die ganzen Snacks mal da. Ei, ei, ei. Ich hab' wohl ein paar Snacks was ich vielleicht haben. Ich tu' mal die ganzen Medizin hierher. Ne, das brauch' ich. Dann die so. Was hab' ich denn noch so alles in meinem Tag? Die ganzen Alkoholflaschen. Ah, die tu' ich morgen früh weg. Jetzt schlafen wir erstmal. Ich mag, dass das hell wird. Ja. Weil jetzt lang genug im Dunkeln. Das ist weicher. Zack. Und Z. Wundervoll. Und jetzt muss ich erstmal was futtern. Habe ich jetzt noch Fleisch im Moment? Hallo. Ist da Wasser drum? Zum Glück weißt du? Nein, natürlich nicht. Ah, aber vielleicht bei den anderen. Wieso werden die nicht voll? Das ist unbegreifend. Ja, weil es regnet aktuell. Aber ich glaub' ich kann gleich was futtern, ehrlich. Oh ja. Geil. Ah. Hammer. So. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt mal einen Topf voll machen jetzt. Mal kurz. Und trinken. Ja, ich muss auch mal trinken holen, schnell. Ah. Lang nicht mehr gemacht. Lustigerweise, die Hasen. Oh, da war noch Laura Vera nochmal. Hm, nice, nice, nice. Voll gar nicht. Ach, da ist der Zeltplatz. Ah, ja, nochmal. Was ist das hier? Laura Vera. Same gesammelt. Samen. Jawohl. Jawohl. Also einmal Laura Vera. Kann man schon mal ab. Das ist mal gut. So, ich schieße jetzt nochmal auf so eine Gans. Ah, hier sind grad Eichhörnchen. Äh, alles mögliche ist hier grad. Gut, also. Kann man die Pilze essen? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht. Also manche Pilze kann man essen, ja. Aber. Ah, ich trau mich jetzt aber nicht genau welche. Ja, was hier alles ist, Alter. So richtige Tiere. Ähm. Unterwegs. Ach so. Gehen wir mal was zum. Wasserfelsen? Warten wir nicht hier? Yeah. So. Aber jetzt muss man, äh, die Folge beenden. So. Moment. Was? Ich muss wieder frei flaschen. Ich muss wieder frei flaschen. Also. Ausrüsten. So. So. Kann ich da vielleicht jetzt auch. So. 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 Okay. wenn du da tust. Ob das irgendeinen Sinn hat. Ja. Das wäre interessant. Okay. auf der Insel machen. Oder hier. Oder hier. Vielleicht. Hier schön grünen. Wieso nicht, ne? Ja. Man könnte hier vielleicht auch das noch so einen Stein machen. Ja, das, 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 das bereden wir jetzt alles in der nächsten Folge. Weil es ist sonst immer wieder überlänglich. Ja. Wenn das wirklich nicht so. Ja. Ja. Also Leute. Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge damit. Und ja. Ciao. Tschüssikowski. Tschüssi. 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 Tschüssi.